Ja, grüßt euch Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute soll es nochmal um das Thema gehen, Avalon Nano 3. Geplant war eigentlich, dass wir mit euch zusammen ein Setup-Video machen, das heißt, wie wir euch zeigen, wie man das Ganze einrichtet. Ich habe allerdings mal bei YouTube geschaut und es ist wirklich so, es gibt viele, viele Videos, wo Schritt für Schritt erklärt wird, wie das Ganze zum Einrichten funktioniert. Das heißt, ich denke, es ist nicht notwendig, dass wir nochmal dementsprechend ein Video nachschieben. Das ist eigentlich relativ einfach. In der Beschreibung ist ein QR-Code drin für eine App. Ihr ladet euch die App runter, gebt euren Avalon 3 quasi eine WLAN-Verbindung und dann könnt ihr alles einstellen. Das war es mehr oder minder. Wie gesagt, konkrete Anleitung bzw. Schritt für Schritt, wie es funktioniert, findet ihr in einem Video bzw. in fast jedem Video, was hier drin ist, über den Avalon Nano 3. Ja, was ist jetzt nochmal der Avalon Nano 3? Und zwar ist es ein kleiner Bitcoin-Miner, sage ich jetzt mal, ein Bitcoin-Solo-Miner würde ich es mal eher dazu sagen, weil mit 4 Terraschleißung, was das Gerät bringt, ist es natürlich nicht unbedingt fürs Pool-Mining geeignet. Und das sind auch nur, wenn man es mal grob rechnet, 5 bis 8 Cent am Tag. Wenn ihr da noch die Stromrechnung mit abzieht, dann macht ihr da definitiv Nase. Das muss man auf jeden Fall sagen. Das Prinzip ist ähnlich wie zum Beispiel ein Bidex oder Bidex Ultra vom Prinzip her nur halt eben, dass der Nano 3 mit 4 Terraschleißung kommt. Hier auf der offiziellen Seite findet ihr nochmal die ganzen Informationen. Ihr seht es hier, 4 Terrasch bei 140 Watt Leistung maximal. Das Ganze kann man in drei Stufen einstellen. Das bedeutet, es gibt die 65 Watt Stufe, die 100 Watt Stufe und 140 Watt Stufe. Hier findet ihr nochmal ein paar Informationen dazu. Hier nochmal dieser kleine Funfact. Der Avalon Nano 3 hat ja mehr oder weniger als Heizgerät verkauft. Das bedeutet, der ist auch so konzipiert als Lüfter. Da kommt warme Luft tatsächlicherweise raus. Das heißt, es wird hier definitiv mit der Abwärme gearbeitet. Ihr seht es hier, 40 bis 60 Grad heiße Luft oder warme Luft kommt aus dem Gerät raus. Reicht auch, um kleinere Räume zu heizen. Ist halt eben auch ein bisschen abhängig vom Strom her, beziehungsweise, ihr seht es hier nochmal, 140 Watt ist natürlich schon ein bisschen was. Ja, und müsst auch eure Stromrechnung mit dem Auge behalten, was das Thema angeht. Da steht es auch nochmal quasi 65 Watt, die kleinste Stufe, mit der Stufe 100 Watt. Und dann gibt es noch die 140 Watt Stufe. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, also erstmal entweder mit drei Netzteilmodellen zu bestellen oder halt eben auf drei Stufen das Ganze einzustellen. Könnt ihr auch ganz bequem in der App machen. Ja, das Teil gibt es in fünf unterschiedlichen Farben. Ihr seht es hier, klassische Schwarz-Weiß. Dann haben wir hier Pink oder was das darstellen soll. Mit Night Blue, also ein Blau. Und halt eben ein knalliges Gelb. Wir haben den, ihr habt es bestimmt schon im Vorschaubild gesehen, beziehungsweise in einem oder anderen Kurzvideo von uns haben wir gezeigt, welchen wir hier im Einsatz haben. Ja, kaufen kann man das Ganze hier auf dieser Seite www.meinshop.eu. Das ist ein Trusted Shop. Das bedeutet, das ist ein Trusted Shop. Das heißt, hier kann man mit ruhigen, gewissen bestellen, sage ich jetzt mal. Das heißt, wer hier bei diesem Shop bestellt, bekommt auch seine Ware. Ihr seht hier im Preis 134,87 exklusiv. Das heißt, hier kommen noch Steuern mit dazu. Und dann habt ihr das, was ihr für das Gerät bezahlt. Ihr habt dann auch die Möglichkeit, extra einen Power Supply zu bestellen. Also Netzteil, 140 Watt USB-C Netzteil. Hier bitte ganz, ganz vorsichtig sein mit irgendwelchen chinesischen 140 Watt Netzteilen. Die fliegen euch um die Ohren, weil der meiner wirklich 140 Watt maximal zieht. Es gibt zum Beispiel von Apple gibt es Mac USB-C Netzteil mit 140 Watt. Die würde ich empfehlen. Kosten zwar 105 Euro oder so in der Drehe, aber da seid ihr sicher. Ja, wie gesagt, ich denke mal, dass die Netzteile, die hier mit dabei sind, aus dem Shop auch letztendlich safe sind. Allerdings würde ich abraten, irgendwelchen China-Kram zu benutzen. Ja, hier sehen wir quasi die meinbaren Coins vom Avalon Nano 3. Und das ist auch mehr oder minder darum, wo es heute bei uns geht in diesem Video. Es geht ja aber normalerweise darum, klassisches Bitcoin-Mining bzw. Bitcoin-Solo-Mining. Wir wollen aber heute mal Bitcoin Cash mal ein bisschen genauer betrachten, weil letztendlich gibt es einen Unterschied der Art, was an Rewards bekommt. Und die Wahrscheinlichkeit, die es im Block bekommt, ist enorm unterschiedlich zwischen den beiden. Das heißt, ihr habt bei Bitcoin Cash natürlich eine weitaus höhere Chance, den Block zu gewinnen wie beim normalen Bitcoin-Solo-Mining. Und was genau das ist, das gucken wir uns natürlich auch jetzt an. Genau, ihr habt dazu die Möglichkeit, zum Beispiel auf der Seite solochance.org zu vergleichen, sage ich jetzt mal. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Bitcoin-Mining betreibt, ihr gebt hier dementsprechend ein eure Terrahash oder Kilo-Hash, je nachdem was ihr habt. Und Hashrate, ich gehe jetzt mal von meinen ein, also ich bin mit 65 Watt unterwegs, das heißt, ich habe um die 2 Terrahash unterdrehe, gebe ich hier meinen Hashrate ein, 2 Terrahash. Und da seht ihr hier quasi, wie hoch eure Chance ist, am Tag einen Block zu gewinnen. Und es steht hier momentan bei 1 zu 2 Millionen, also ein bisschen mehr als 2 Millionen, also 1 zu 2 Millionen ist eure Chance, dass ihr einen Block bekommt im Solo-Mining. Und das ist natürlich schon, naja, sehr, sehr hoch. Ich sage es mal ganz einfach so, selbst wenn euer Miner ein ganzes Jahr läuft, dann ist die Chance immer noch 1 zu 5.652. Das bedeutet, es ist extrem, extrem gering, dass ihr so einen Block letztendlich in Bitcoin-Mining bekommt. Aber ich habe ja gesagt, Bitcoin Cash ist die Alternative. Hier haben wir auch 2 Terrahash, wir berechnen das Ganze mal neu. Und da sieht es natürlich wieder ganz anders aus. Hier ist es aktuell so, das heißt, die Chance am Tag steht 1 zu 14.132. Ich weiß, ist immer noch extrem hoch. Allerdings ist es halt eben im Gegensatz zum Bitcoin-Mining bzw. Bitcoin-Solo weitaus weniger. Das heißt, hier sind die Chancen weit, weitaus besser, mal einen Block zu erwischen im Gegensatz zum klassischen Bitcoin-Solo-Mining. Und die Chancen aufs Jahr steht 1 zu 39. Sieht natürlich auch nicht schlecht aus, sage ich jetzt mal. Deswegen haben wir uns entschieden, letztendlich das Ganze bzw. unseren Avalon 903 auf Bitcoin Cash laufen zu lassen. Und mal gucken, ob was passiert, ob man einen Block bekommt, ob man einen Block bekommt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt eben extrem höher. Ja, wir gucken einfach mal rein. Ich habe den Avalon vorhin auf Bitcoin Cash umgestellt. Das ist quasi die Oberfläche. Wenn ihr das eingerichtet habt, wird euch auf dem Gerät eine IP-Adresse angezeigt. Die IP-Adresse gebt im Browser in eurer Adresszeile oben rein. Da kommt quasi ein Anmelde-Fenster. Das zeige ich euch nochmal. Ich melde mich einfach mal ab. Das Ganze sieht so aus. Ihr geht dann halt eben ein Root und Root. Das könnt ihr natürlich auch im Nachgang noch ändern. Dann geht ihr auf Login und dann seht ihr quasi eure Leistung. Da seht ihr hier den Mining-Status, Netzwerk-Status, eure Hashrate. Ihr seht halt eben hier eure Rejected-Percentage. Das heißt, wenn Shares abgewiesen werden, sozusagen, das kann zum Beispiel eine fehlerhafte Verbindung sein oder halt eben auch einen Fehler auf den ASIC. Hier seht ihr nochmal den Pool, mit dem wir verbunden sind. Das heißt, wir sind quasi mit dem Solopool aktuell verbunden. Ich hatte ja gesagt, hier ist unsere Bitcoin Cash Wallet sozusagen plus Avalon 3. Das ist quasi unser Worker, den wir eingestellt haben. Das Ganze stellt ihr in der Konfiguration ein. Das heißt, ihr könnt eure Pools einstellen, so wie ihr das letztendlich aus anderen Meinern kennt. Von der Konfiguration her, sage ich jetzt mal. Und wie gesagt, wir lassen das letztendlich laufen. Zwiegungsweise, ich lasse das laufen. Ja, und ich bin mal gespannt, ob wir einen Block erhaschen. Ich meine, der Block ist auch geldtechnisch nicht so extrem wie bei Bitcoin. Im Gegenteil, es ist eigentlich zum Bitcoin extrem wenig. Aber trotzdem lohnt sich es meines Erachtens nach. Ja, ihr seht hier, wir sind bei solopool.org. Das ist quasi die Maschine, die bei uns läuft, der Avalon 903. Ihr seht hier die Hashrate, die am Pool ankommt letztendlich. Ihr seht, wenn das Gerät das letzte Mal gesehen wurde. Und ihr seht halt eben hier auch, Block gefunden, was wurde ausgezahlt, das persönliche Glück etc. Hier unten seht ihr nochmal den Mana aktiv. Und hier seht ihr auch nochmal die Hashrate sozusagen unter Worker. Das ist das, was ihr nach dem Punkt nach eurer Wallet schreibt. Das wird halt eben hier letztendlich als Worker angezeigt. Ihr seht ja auch nochmal das Spot und halt eben auch Schwierigkeitsgrad etc. So sieht das Ganze im Pool aus. Und wenn ihr halt eben sagt, cool, ich will mitmachen, macht ihr ganz einfach, klickt hier drauf. Dann geht ihr hier auf Start Mining. Dann wird euch das Ganze angezeigt. Ihr seht also quasi hier den Pool. Also wir haben hier den EU-Solo-Pool.org, Port 8002. Das ist auch bei uns so eingetragen, wenn ihr in die Konfiguration reingeht. Seht ihr hier, Solopool.org, Port 8002. Ja und so funktioniert letztendlich das Ganze. Also die Wallet, die habe ich mir ganz normal bei Gate.io gezogen. Das bedeutet, ihr braucht nicht unbedingt direkt von Ethereum, Ethereum soll ich schon, von Bitcoin Cash eine Wallet. Das heißt, ihr könnt auch ganz normal eine Wallet nehmen, die ihr euch an der Exchange erstellen könnt. Funktioniert wunderbar. Ja, jetzt kommen wir mal dazu, was letztendlich bei rumkommt. Wenn was bei rumkommt, das heißt, aktuell ist der Coin, also beziehungsweise Kurs vom Bitcoin Cash liegt bei 302,85 Euro. Und es ist genau wie im Bitcoin Bereich. Das heißt, ein Block, wenn ihr einen Block meinen solltet, bekommt ihr 3,125 Bitcoin Cash. Das sind aktuell 946 Euro. Ich meine, das ist nicht wie bei Bitcoin, wo ihr dann 180.000 bekommt. Ja, aber ihr habt die Chancen gesehen, dass halt eben die Bitcoin Cash da einen Soloblock letztendlich zu bekommen und die 950 Euro grob umgerechnet zu kassieren, ist halt eben auch weitaus höher. Deswegen werden wir versuchen, um halt eben hier auf dieser Plattform mit unserem Miner im Bitcoin Cash Solo Mining mitzumachen. Und letztendlich schauen wir mal, ob was passiert oder ob nichts passiert. Wir werden es ja letztendlich sehen. Wir werden auf jeden Fall darüber berichten. Ja, last but not least, weil ich es immer wieder lese, höre, sehe und so weiter, dass viele von euch das Ganze im Pool Mining laufen lassen, also nicht im Solo Mining. Deswegen, das ist jetzt nur mal alleine die Auflistung, was ihr quasi am Tag macht. Wenn ihr das ganz normal im Pool Mining laufen lassen würdet, das sind 8 Cent. Und jetzt haltet euch fest, da sind keine Stromkosten mit dabei. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal von den 65 Watt ausgehe, was es bei uns gerade läuft, ich gehe auf berechnen, dann seht ihr hier, dann färbt sich das alles relativ tief ein. Das heißt, ihr seht es hier, ihr macht am Tag 38 Cent. Also, wenn wir jetzt von 0,3 US-Dollar-Kilowattstunde ausgehen, das sind 27 Cent, 28 Cent ungefähr. Das ist das, was wir hier an Stromkosten haben. Das ist natürlich auch unterschiedlich, letztendlich auch bei euch. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, Bitcoin zu meinen. Mal gucken, ob wir auch noch irgendwo die Bitcoin-Mining-Geschichte finden. Bob, 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 gucken wir mal. Genau, das ist jetzt hier Coins. Dann klicken wir mal hier drauf. So, dann gucken wir mal auf Bitcoin. Berechnen wir mal genau das Gleiche. Ihr seht es auch hier, wir nehmen erstmal die Stromkosten raus, also die 65 Watt, also bei der kleinsten Konfiguration. Hier ist es genau das Gleiche. Das heißt, ihr wird das, wenn ihr damit Bitcoin im Pool-Mining betreiben wollt, 8 Cent am Tag machen. Das ist in Anführungsstrichen, ich sage es mal ganz einfach so lächerlich, kommen jetzt hier noch die Stromkosten mit dazu, von 65 Watt, womit unsere Setup konfiguriert ist, bei 140 Watt, sieht es natürlich noch ganz anders aus, es wird es noch teurer. Seht ihr auch hier, macht ihr nasse. Und wenn ihr wirklich das Gerät auf den vollen 140 Watt laufen lasst, bei den Stromkosten, seht ihr hier, da macht ihr am Tag fast 1 Euro nasse. Das heißt, 30 Euro mehr pro Monat an Strom müsst ihr letztendlich bezahlen. Deswegen ist ja mein Hinterseender immer so ein bisschen im Solo-Mining unterwegs zu sein. Weil auch wenn das nur, ich sage mal, alle 3, 4 Monate, der mein Blog gibt, das sind auch immer mal wieder 900 Euro. Wenn es klappt, man weiß es nicht, die Chance ist halt eben sehr gering, aber die Chance ist halt eben höher als im Bitcoin-Mining-Bereich. Ja, das war es von mir. Das war es jetzt zum Avalon Nano 3. Für alle, die einen haben, viel Spaß, viel Erfolg. Und ich hoffe, dass ihr den ein oder anderen Solo-Blog erwischt. Ansonsten nochmal zum Nachlesen, was die Wahrscheinlichkeiten angeht, ist solochance.org. Hier könnt ihr selber nochmal gucken, der Unterschied zwischen Bitcoin und Bitcoin Cash. Ja, guckt es euch an. Vielleicht ist es was für euch. Vielleicht macht ihr mit. Vielleicht auch nicht. Ansonsten der Pool, wo wir halt eben sind, ist solopool.org. Hier läuft jetzt quasi unser Mainer drüber und wir sind auf jeden Fall mal gespannt, ob was passiert, ob wir einen Blog bekommen oder auch nicht. Das war es von mir. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch was. Bis die Tage. Bis später. Ciao. 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 Ciao.